zwei abschlüsse erledigt durch 23 sieben abschlüsse habe ich noch nachher bleiben wir mal hier drin ich weiß ja nicht also mario ist auf jeden fall dabei und er ist jetzt schon fast nicht zwei wie man schon gesehen ja ich bin nicht so oft aber nur gut und dann startet das wieder wieder juhu express ich wollte nur die einsturm machen express ich habe auch eine einfolge express lieferung gesagt das war was anderes von im W3 glaube ich war das ne 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 speziell hat mich hier auf also so geht das nie der hat was gesagt die zeit läuft an die arbeit ist keiner jetzt kommt jetzt kommen hallo nein ja man die nur messern hier das gehört dazu oh da oben ist einer überlebensbonus oh eliminierung die da oben im haus und das ist schon mal komplett in der Ruhe oh ne der ist mir zu weit weg das ist jetzt komm hallo ach komm naja da lang hier lang und dann hier hoch und dann da lang und dann komm ich schon auf irgendjemanden zu natürlich nicht aber hier oh nö das war der den ich gerade erledigt habe und es leben ja noch zwei okay naja dann hol ich mir die hinter noch ne es war ja heute von mir ab oder was da weiß ich nicht mehr wer das ist naja oh nö oh man jetzt kommen das ist ja oben im haus ne ja natürlich na super natürlich muss ich an die überschießen hallo hallo ja getraut trifft er noch ja gut okay ja letztes leben ja letztes leben ich habe sowieso gewonnen aber nur geht komm aber wenn so schnell kann ich nicht reagieren das ist zu weit weg okay und komm jetzt komm jetzt komm so hey super super naja ich sterbe irgendwie immer am schluss aber ich gewinne immer höchste so das war jetzt schon das dritter hey gold drei hintanana ist doch super aber wie ich immer dann lieber messern muss mein hals ach zu drei hier 110 punkte das meiste was ich bis jetzt hatte hier hier können wir nicht so viele punkte aber für eine trophäe macht man das jetzt mit gibt es in hier näher ich werde ich jetzt nicht noch mal weil ich immer das gleiche ist auch blöd auch wenn man dafür gewinnen würde aber lieber was neues also ja das liga spiele das werde ich dann auch machen aber erst wenn ich prestige gemacht habe also am ende dann weil ich da keine punkte kriege also also keine punkte für die jetzt die für das öffentliche spiel glaube ich war das ja genau denke ich weil nämlich da sind alle klassen schon frei also ich konnte mir da ich bin da mal in die also mal drauf und da kann ich mir dann alle sachen schon auswählen also ich denke da kriege ich keine punkte deswegen mache ich das dann ganz am schluss also wenn ich dann prestige gemacht habe werde ich dann noch mal diese fünf spiele spielen oder wenigstens die fünf spiele wenn ich in der division spielen kann und mehr dass das also ganz zum schluss dann jetzt aber erst mal hier woher unsere nation habe ich zwei immer noch zwei ach nö jetzt ne jetzt will ich jetzt mal sehen wie hat er dich ja naja da ist einer ja nö ne muss doch so sein dass ich immer daneben schießen muss ach jetzt nö ne ach komm naja super egal also zweiter werde ich nicht bleiben das ich folge mal Marius wo ist denn der da doch mal gucken was er so macht mach sie platt ja ja noch bin ich dritter oh oh ist er schon tot wirklich schon tot ne oder naja dann kann ich jetzt ja also wenn jetzt der erste jetzt die ganze zeit bin ich voll durch die eigentlich gerade ne also wenn wo ist denn der jetzt hier also wenn der jetzt alle tötet ne dann nicht ok ich bin schon vierter also ich bin draußen ja hau die Tür kaputt also dieses Spiel wird nix aber gut jetzt kommen jeder hoch man die Spiele könnten eigentlich so schnell zu Ende sein würden wir jetzt einfach mal trauen naja gut dann würde ich mich jetzt auch nicht trauen da hoch gehen da man sich ja auf dem Radar sieht das war ja bei Blickops 1 nicht so da konnte man sich erst sehen wenn dann glaube ich nur zwei oder drei Stück am Leben waren jetzt kann man sich ja die ganze Zeit sehen oh jetzt ist er unten jetzt geht er glaube ich außenrum und der bleibt unten hm und der bleibt oben das ist ist so halt ja aber das ist ja halt der hier will nicht sterben und der will nicht runter gehen und ihn killen weil dann könnte er auch sterben also beide wollen nicht sterben aber da steht er ja und dann könnte er jetzt einfach mal schießen genau haha und vierter naja Headshot ne naja könnte sein immer gut jetzt war das vierte und nur drei gewonnen oder wissen wir nicht ein bisschen drei na gut, drei habe ich gewonnen, ja was gibt es hier jetzt hier ist es Hi-Yak-Head oder so oh, der ist raus naja dann warte mal ne ne, ich will auf, auf, auf doch, da will ich hin genau hm, alles positiv die letzten vier Spiele hier aber immerhin immer noch zu wenige Punkte kriegt man dafür auch hier im, im, einem Lauf das, der das blöde ist halt, dass es hier auch nicht sowas gibt wie, wie, ähm, Geld also dass man sich was kaufen kann in den Spielen, das war ja, ähm, wie es eingeführt war, war das ja für Wettspieler also wer mit, ähm, gewinnt, kriegt am meisten Geld und es gibt es hier nicht ich weiß gar nicht, was man hier kriegt, kriegt man glaub ich gar nichts, einfach nur Spielen oh, 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 oh steht er da vorne neben mir hier Einsatz wurde autorisiert ich guck auf den falschen Bildschirm, dann ging das so hier muss ich gucken ach nö jetzt ich nicht darf nicht hier hinten will ich jetzt lieber nicht oder doch hatte ich getroffen ja genau kämpft er da in dem boot verarschen das leben ich krieg das wieder nicht in hier ja mach du die mal ist platt auch nicht ich habe immer nur ein leben ist immer so knapp muss das immer so knapp sein mich die ganze zeit hier im haus ne wo hier gar keine mehr ist hey ja genau steht er da mit was man jetzt hat er doch der leber ist dann immer gemessen ist und dann schieße ich nicht wie man sieht aber auch nö jetzt bin ich auch noch mal sind es die beiden die noch leben ja ich bin dritter gut wie kann das keiner mehr nehmen weil kein anderer lebt mehr außer die beiden die jetzt vor mir sind also kann man sagen ich habe gewonnen naja was jetzt was jetzt nein bitte nicht wieso wieso muss es sein ich meine wieso muss jetzt irgendjemand rausgehen wieso das ist doch so ja verbindungsmuster brauchen dann suche neun ich sag jetzt einfach mal ich mache jetzt mal eine kurze pause dann hole ich ihn in die lobby glaube das geht gar nicht weil ich nicht aber gucken mal und dann oder ist er ja schon und dann mache ich jetzt mal kurz pause bis gleich ich ja ja ja